Stream und mach dann einen neuen, ich glaube ich beende dann den Stream, ich mach beende gleich den Stream und mach dann einen neuen Stream an, nachher. Ähm, ja hier kommt halt der Ofen hin. Na und hier kommt dann die Liste hin, die postet. Ja. Wollen wir das hier rein? Hier erstellen mache ich das Mast so, weil hier muss dann noch was kleines rein. Genau, hier kommt dann das Richter noch ein Tor rein, weil ich mache das hier mit einer Quatschentechnik und die Items ableiten. Hier machen wir einen Trichter. Und dann machen wir einen massiven Tisch, muss ich sagen. Hier haben wir jetzt glaube ich mit dem Muster fast ganz englisch mal anpassen können. Hier haben wir noch ein cooles Schild oder so. Genau. Dann mache ich erstmal jetzt die Quatschheit rein. Jetzt die Quatschheit rein. Na gut, so war das jetzt nicht geplant gewesen. Und unten wird dann noch einen Raum entstehen. So machen wir hier so hoch. Stein. Wo kommt das hier noch? Und machen wir noch ein bisschen mit rein. Smooth an der Seed. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja, jetzt wird es auch noch hier aufgehalten, aber das enden wir dann auch gleich, mit einem kleinen Trick. Dann auch noch einen kleinen Trick. Schwarz, schwarz, hier hat der B&D. Ne, nicht schwarze Wolle. Schwarzen Concrete wollte ich. Und dann brauche ich noch einen Dario Block. Ah, okay, das geht doch nicht raus. Aber damit es trotzdem mehr raus braucht, lasse ich das mal auf. Ja. 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 So, das zeige ich gleich noch und dann ist es geschlossen, um es zu sehen, was wir jetzt nachher mache ich gleich noch das Ding. So, und damit sind wir erstmal jetzt am Ende angekommen. So, dann an, erstmal danke fürs Zuschauen und wir werden noch jemanden raiden. Wenn wir raiden, weiß ich auch noch nicht, muss ich kurz mal schauen. Dann hat man Tschüss und viel Spaß beim Zuschauen bei Fühlbox.